Die Geberit Challenge 2012. 48 Teams kämpfen hier wieder um eine Traumreise nach Dubai und die enthusiastischen Fans, die werden sich matchen und zwar um den besten Fanpreis. Es gibt zu gewinnen eine tolle Grillparty für die gesamte Belegschaft. Also Siegertypen sind gesucht und jeder muss zeigen, was er kann bei der Geberit Challenge 2012. Das ist die Vestösterreich bei der Geberit Challenge. Die Reis, das Green Team, Wermetech, Böhmer, Müdiskon-Fonteur, Reiko, die Schneiderleins, Vestas. Welches Formstück gehört grundsätzlich nicht zur starren Abwasserinstallation? Ist dies die Doppelbundbüchse, die Rohrschelle, eine Elektroschweißmuffe oder eine Langmuffe? Antworten bitte ab jetzt. Es sind Fragen dabei, die man wissen sollte und dann gibt es Fragen, die man wissen müsste. Hier kommt Frage Nummer 4. Wie lang darf eine unbelüftete Sammelanschluss sein? In diesem Fall hätte man reden sollen. Wir haben da vier. Wir haben da vier. Wir haben da 60.09. Zwo, eins und Schluss. Wir sind da und üben. Das sind für die Botschaft. Wo denn, wo denn, wo denn sie lieben? Du schnitt jetzt gerade. Aber auch die Fans von Reiko sind so richtig dabei, oder? Und wir schauen noch kurz hinüber zu den Berufsschulen. Den Berufsschulen, links, 8.01 AG. Wo ist es? Die Fans von Reiko ist so richtig dabei. Und die von Reiko ist so richtig dabei. Und die von Reiko ist so richtig dabei. Clemens Rapp, Vertriebsleiter von Geberit Österreich, einen herzlichen Applaus. Für die Geberit Challenge. Ich lasse bitte alle Mitarbeiter von Geberit zu mir auf die Bühne bitten. Und auf der rechten Seite die Berufsschule aus Bregenz. So und jetzt natürlich auch einen großen Applaus für das BASA-Fan-Team des heutigen Tages. Sie haben die Stimmung gesorgt, den ganzen Tag über. Die Tagessieger, das Team Orte 1. Das ist ein Applaus für alle Teams und speziell für Klaus, Rieger 1, Seehundin und Orte 1. Die Tagessieger, das Team Orte 1.